Hüftbreiter Beidbeinstand mit gerade ausgerichteten Füßen, die Knie sind leicht gebeugt, die Hüfte gestreckt, der Oberkörper gerade. Aus entspannt nach unten gezogenen Schultern werden die gestreckten Arme in der Standrichtung vor- und zurückgeschwungen. Die Handflächen schneiden durch die Luft und werden nicht gedreht. Führen Sie die Bewegung 8-10 Mal durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017